Kupferminenräuber Den Plan Für die Leute, die es nicht verstanden haben Punkt Nummer 3 Ausrücken Wir fahren zur Mine Und töten wir uns Soweit die Mission Verstanden? Gut Naja vor allem Ich hatte ja Hinten meinen Samark und auf einmal explodiert meinen Samark Ich dachte mir so, ja schön Ja, das ist echt arm Demnächst wenn Leute so quer anhalten Ich fahr da einfach rein Ich wünsche halt nicht, dass Dings verhört wird Aber jeder nimmt sich ne Waffe und Munition Jetzt aufsteigen Ja Kannst ja mal gucken, was du ingame für ne Ping hast Hier, was haben wir denn da? D-Sync von 108, Ping von 134 Und Bandbreite von 139 Oh, das ist gar nicht gut Also beim D-Sync von 108 macht's nicht so viel Spaß zu spielen Warum hast du mich hier abgesetzt, Mann? Weil du hochlaufen sollst, den Berg hoch Das sind unsere Kollegen Ach, 700 Meter Oder du guckst einfach von hier oben Und ob dir die Position gefällt und wenn nicht, dann wechselst du die Ich glaub nicht, dass ich von hier aus dahin snappen kann Leute, ihr sollt mich hier nicht langsam parken Ich meine, ähm... Habt ihr genug Essen und Trinken dabei? Uh, ne, scheiß, ich hab extra mal was gekauft gehabt Aber dann war ja Restart Ja... Brummi hat jeweils 6 Sachen dabei Ich geb ihm Wulff und der watschelt hoch zu euch und verteilt die Sachen Eins bleibt beim Brummi und dann haben wir das gut aufgeteilt Wer ist das da unten eigentlich, der da? Das ist Brummi Ne, da ist auch noch einer oder nicht? Das ist der Weg von dir, Brummi Ich hab Sachen Ach, du brauchst mir nix geben Okay Mit meinem Auge, mit meinem... Mit meinem... Natrium, hast du? Oder soll ich dir geben? Ne, ich hab gar nichts Essen Okay Gut, okay Hast du? Ja, ja, ja Was? Hast du? Essen Ob ich... Äh, ne, hab ich nicht Gut Aber ich bin noch auf 90 Ähm... Ich kann die... Straße im Norden im Blick halten, wenn das... was nützt Ja... Ey, du musst mal ohne Nachtsig gucken Der Typ, der... der glied wie ein Gliedwürmchen Ich hab gar keine Nachtsig... Oh ja, Tatsache Was hat der für nen scheiß Anzug? Ich seh alles, glaub' gar noch nimmer ein Nachtsiggerät an Da oben ist er noch aufm Berg Wo ist oben aufm Berg? Da direkt, nördlich von dir Stimmt, Tatsache Tatsache, da ist er noch... Boah Nördlich von dir Nördlich von dir Nördlich von mir Nördlich von mir Direkt oben auf den Stein Nein, ich glaub' der macht das irgendwie wie nur für sein Kumpel Ist auf jeden Fall bewaffnet Sieht die auch, die die Raumpunkte manchmal aufsitzen? Das ist der Kerl Ja, ja, da kämmt da einer um Nicht so schlimm, wenn ich... Das ist Jedi Meister Nördlich Oh nein Den kenne ich Hatte euch gesehen? Negativ, der noch nicht gesehen Äh, gut Leib und ich frage mal, was er denn so macht Wenn die anfangen zu schießen, dürfen wir alle schießen Ganz genau Dann knallten wir die richtig schön weg Okay Der hat ja keine Ahnung Keine Ahnung, was aufm Berg rumliegt Bitte lasst euch nicht entdecken, sonst war die ganze Aktion für den Arsch Ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat und es vorsichtig oder er ist einfach so dumm Beides Das letzte, das gefällt mir am besten Ja, der auch Ich glaub' auch nicht Da kommt etwas von links Hat Licht ausgeschaltet Linke Straße Hörer Links Äh, Quatsch Rechts Hat Sichtkontakt SUV oder Lämosine Wer sitzt drinnen? 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 Warte Das ist ein Pickup Das ist ein Geländewagen Der ist gleich über der Kupfermine Er fährt links zu dir Und er scheint Kann nicht erkennen, wer drin sitzt Der Heli scheint zu halten, ja Ruhig Oha Er wird langsamer Ich denke, passiert mal hier was Geländewagen ist Legion der Lukas Oh, den musst du aufpassen, der schießt sehr gerne, der Kerl Der Lukas ist das Geländewagen hat angehalten Das ist das Kiddy Das ist das Kiddy Das Kiddy, der sehr gerne schießt und in den Trident ward Das ist ja kein Problem Sichtkontakt von rechts Auto Fährt von rechts Äh, ihr schießt nur auf den, der mich überfällt Ja klar, logisch Ein Helm T ist auf dem Weg hierhin Der Kupfermine Ganz ruhig jetzt Ganz ruhig jetzt Beruhigt euch wirklich Ist alles cool Hallo Äh, schießt auf den Lukas Feuer Welche von den ist der Lukas? Schießt auf alle drei, das ist für alle drei ein Überfall Schießt auf alles was sich bewegt Nicht auf den Helikopter Schießt auf die Leute, nicht auf das Fahrzeug Achjaa Der macht ja ne Welle Ich lasse alle tot? Nein, nein, nein! Nein, nein! Da läuft noch einer! Mann, ich seh' noch was! Kann ja quasi... Dann kann er es noch nicht überleben! Da müssen wir die Hilfe katten! Die ist nie zurück! Keine Muni mehr! Er ist tot! Er ist tot! Lebt noch einer? Wunderbar, Männer! Okay, Rückzug! hallo james jetzt ist es komm na alles fit ich bin freund ich würde sagen alle mal waffen holzhorn ja auf geht's auf geht's einsteigen jetzt geht's los leitz ne ich bin schon drin wie das aussieht zu verdienen james du bist ein guter mann vielen dank fürs mitnehmen naja aber wie du siehst jetzt haben wir hier eine eigene stoff recht starke truppe und da ab und zu ein bisschen farmen vorhin hat man stress bedeutet die wollten uns oder die wollten mich am kupferhändler überfallen und dann ja hier war kein roleplay blablabla ich habe alles ein bisschen konfus hier ich meine die überraschende gruppe sind nur ausgeräumt und überfallen deswegen habe ich mal nicht so lust auch mit dem jf zu viert hat man keine chance ich werde mir auch einen helikopter holen ich bin schon im juros markt rebel market echt er ist gekickt worden jetzt sind wir allein auf dem server nein wie geil so ich habe sieben skapelles gekauft eigentlich sollte man jetzt echt was machen was total geil ist aber mir fällt nichts ein wir müssen sein haus einbrechen jetzt sein haus ist leider nicht alles noch keine keine skapelle wer ist ich wieso gibst du uns die skapelles weil ich die gekauft habe ja aber warum gibst du die du musst doch alle schneiden du musst uns alle aufschneiden du machst einen dreckigen job gibst sie mir wieder allesamt mal gemütlich muss kaputt schlagen warte warte bevor wir eine niere klaut wer ist der linke soji ne bleib liegen sonst machen wir es nicht soji wir machen das mit dem niere klauen und ihr könnt mir auch die niere klauen am ende ich verstehe sowas viel mehr drauf so natrium ich schlage dich jetzt mal nieder dann klauen wir dir die niere und gleichzeitig gleichzeitig sagt was ist soji sagt mal bescheid wenn du harvest organ hast dann machen wir es gleichzeitig drücken können dass sie sogar drei oder mehr leute ja los 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 ach du scheiße was mit der sicht gleich satrium kannst du noch was sehen äh naja glaube ich noch 80 live so wer ist der nächste take me nicht dass hier sergeant snipe uns reportet dass wir hier kacka machen wir machen keine kacka wir machen mit deren teppich dreckig ich bin dran als nächstes wolf ja wo 80 live lassen wir mal bescheid wie das aussieht ist doch nur mal klatschen das ist doch gar nicht ich kriege auch nicht hin ach dann haben wir vielleicht auch einen cooldown dann habe ich meinen auch eingelagert dann könnt ihr mir auch die niere äh die skypelle klauen ich gebe das jetzt mal irgendwen aber ich verkaufe eben noch mal schnell die niere ich werde sie mir die ganze einsetzen boah du siehst echt gar nichts mehr so wem soll ich jetzt was klauen du bist da also wer ist jetzt dran mit ich habe einen skypelle wen soll ich jetzt endenieren dann warten wir mit deinem skypelle auch mal weiter ja ich warte irgendwie an irgendeinem wolf oder so und dann klauen die mir und klauen die mir mit mir endenieren ich hab da bock drauf jetzt so kann man das eigentlich wie so am krankenhaus fixen ja, kann man nicht müsste gleiche ich machen zählst du runter auf 3 machen wir eins zwei drei und das ding geht aber wieder weg bis zum wenn du wieder einloggst ja genau es geht ja bei einloggen nur live regeln ich hab deine niere soll ich die direkt verkaufen gehen ja verkauf die mal an der sieb Hallo Mitchell, wie geht's dir? Ich will keine Minierer geklaut haben. Warte mal, wo ist denn die Nieren? Ja, macht mich, ich will auch Nieren loswerden. Ich hab bestimmt noch Kulte. Komm, ich, die Aufschläge. Ah, geil. Ja, Kulte. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Wer kann noch? Wer hat noch nicht keine Nieren geklaut? Ich hab noch keine geklaut. Ich schlag ihn gerne nie wieder. Ich hab aber keinen Skapell leider. Warte, ich kauf fix eins. Natrium, ich geb dir eins. Aua, das ist Mobbing. Warte, warte, soll er jetzt auch bei einem machen, ne? Ich hab's dir grad gegeben. Okay, komm, schlag mich nieder. Nein, ich lieg doch schon. Na uns? Ne, warte, warte. Warte, wer soll Goke jetzt die Nieren klauen, wer? Ich oder Natrium? Ja. Okay, dann 3, 2, 1. Go. War richtig Spaß. Jemand immer und immer wieder wieder zu schlagen. Oh. Oh. Okay. Die Sicht ist ja mal geil, ey. So, die geh ich vorverkaufen. Okay, ich folge Natrium. Wulff. 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 Die machen wir den Geld. Und weg von der Gurke, die du jetzt. Warte, hab doch noch niemanden. Aufmerksam. Das ist ja ab. Wisch. Ah, Nier, er gibt 75.000, ne? Ist... Nein, nur aufguck. Das ist ne Erfahrung. Wohl, kann man die Skalpelge kaufen? Hier, ne? Rebellenmarkt. Ah ja, okay. Wir haben ja auch bestimmt... Die kann man hier auch kaufen. Loll, ich hab meine Skalpelge behalten. Echt? Ja, ich hab noch eins. Du bist doch im Sack. Mach ich denn das jetzt hier? Als Windows-Taste? Ne. Ich kann das hier sehen, ne? Soll ich Wulff eine... Ne, ich kann gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr. Nur dauernd. Da soll Wulff wieder mal aufstehen. Äh, geht die Sicht irgendwann auch wieder besser, oder? Wulff? Ja, beim Vlog, ne? Ah, okay. Ich kann nicht. Lass die mal aufstehen. Warte, ich geb vor allem von euch das Skalpel, dann komm ich gleich wieder. Ähm... Hat der zu englisch wieder eine Niere verkauft? Mal kurz was Böses. Oh, ich kann wieder klar sehen. Ja? Ja, klar sehen. Wie das? Nies gebraucht nach. Fickt euch. Wollen wir mal Glücksspiel machen? Ich mach mal Glücksspiel. Ich geh mal kurz zum Glücksspieler. Wenn ihr kurz Escape drückt und dann wieder zurückkommt, könnt ihr kurz klar sehen. Ah, ja. Stimmt. Wenn man bestimmt Blumen ausmacht, kann man mich schon auch wieder klar sehen. Moment. Ja. Also wenn ihr euch dagegen habt, müsst ihr auch heute dann Schluss machen, ne? Nein, Soji! Warte, gebt doch mal die Skatelle weiter. Okay, dann geb ich euch noch... Äh, irgendjemand geb ich jetzt allen die Skatelle und dann bin ich weg, ja? Wulff kriegt jetzt mal alle. Äh, Gift. Achso. Achso, warte, ich glaub ich hab noch ein Niere dabei, ja. Wenn ich schnell verkaufe. So, wer möchte? Möchte wer was? Oh. Hast du noch Klau-Besicht? Äh, ja. Super. Verdammt. Für die Niere gibt's 50.000. Ja, warte ich, oder? Na, ich kann dir keine klauen, dann musst du mir eine klauen. Ey, ich hab auch schon cooldown, ich hab dich, ich kann auch nicht. Warte, ich kann gleich wieder die Niere klauen, die kann ja klaut werden. Kann ich denn das Glücksspiel machen, kommt schon. Boah, jetzt hab ich ja mein ganzes Geld damit verprasst. Du musst auch mal machen, ach hier, Türen öffnen. Psss, Hadi, psss, psss, psss. Psss, psss, psss. Psss, psss, psss. Psss, 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 psss. Gut, Nightsbrum, es fällt auch raus. Ja, ja. Okay, okay, okay. Roll the dice. Aber haben wir heute schön ein paar Sachen gemacht, also. Einsatz 10 Dollar, okay. Ja, nee, aber Wulff, bevor da deine Festplatte noch explodiert, ich glaub ich hau auch erstmal ab und... Äh, das war dann mit der Session von AM3, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Ja. jurisd den den Bis zum nächsten Mal.